Hallo, mein Name ist Sascha König. Ich bin Geschäftsführer bei Reprokonzept. Wir sind ein ganz kleiner Repro- und Druckdienstleister in Maikammer, schon seit 1997 und wir produzieren heute in Kleinauflage natürlich für die Jugend forscht in Neustadt Folien, damit sie davon Atemschutzmasken bzw. Masken für den Sicht- und Nies-Schutz herstellen können. Das ist so eine Folie, die haben wir im Laminator erstellt. Das ist jetzt ein Stück, was wir davon haben. Das werde ich jetzt zuschneiden. Ihr könnt mir dabei gerne ein bisschen zuschauen und dann werden wir die später ausliefern und einfach mal schauen, was die daraus machen. Wir haben jetzt hier diese Folie. Ich habe hier so einen schönen alten Rollenschneider, für den kann ich die Folie einfach nur relativ hoch vorschneiden. Das sind die Rente aus der Produktion. Wir kommen jetzt so wie sie sind, noch mal eine zweite Schneidermaschine. Ich bereite mir ein bisschen was vor. Dazu haben wir noch hier ein bisschen was und den Rest seht ihr gleich.